Obersteuert auf Megabörsengang zu An der Wallstreet bahnt sich einer der größten Börsengänge der Finanzgeschichte an. Vor seinem Debüt gewährt Ober erstmals einen umfassenden Geschäftseinblick. Dieser offenbart allerdings ein nachlassenden Wachstum im Kerngeschäft des Taxidienstleisters. Der Fahrdienstvermittler Ober stellt die Weichen für einen der größten Börsengänge seit Jahren. Das Unternehmen will seine Aktien an der New York Stock Exchange unter dem Ticker Kürzel Oberlisten lassen, wie aus den bei der US-Börse auf Sichtseg eingereichten Unterlagen hervorgeht. Der Antrag enthält die Ergebnisse der vergangenen Geschäftsjahre. Ober steigerte den Umsatz 2018 im Jahresvergleich um 42% auf 11,3 Milliarden Dollar und machte einen Nettogewinn von knapp einer Milliarde Dollar. Diese schwarzen Zahlen gehen allerdings auf einen Sondererlös aus dem Verkauf von Teilen des internationalen Geschäfts im ersten Vierteljahr 2018 zurück, der für einen Quartalsgewinn von 3,75 Milliarden Dollar sorgte. In den restlichen Quartalen des Jahres schrieb Ober nur Verluste. Zweimal rund 890 Millionen Dollar, sowie fast eine Milliarde Dollar. Beim Jahresergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen fiel ein Minus von 1,85 Milliarden Dollar an. Auffällig ist auch, dass der Erlös aus der Fahrdienstvermittlung in den vergangenen drei Quartalen 2018 nach zum Teil explosiven Wachstum in den Vorjahren praktisch und verändert bei jeweils 2,3 Milliarden Dollar lag. Wer Ober wurden im Schlussquartal 1,5 Milliarden Fahrten gebucht, und auf der Plattform waren 3,9 Millionen Fahrer aktiv. Ober betreibt auch ein Geschäft mit Hessens Lieferungen, Die Frachtvermittlung für Lastwagenfahrer, sowie einen E-Bike-Service. Der Plan ist auch, in die App alle verfügbaren Mobilitätsformen zu integrieren. Insgesamt hatte Ober zuletzt über die verschiedenen Dienste hinweg 91 Millionen aktive Nutzer. 100 Milliarden Dollar Bewertung angepeilt. Details, wie etwa das genaue Datum des Börsengangs, und wie viel Geld Ober bei Anlegern einsammeln will, blieben zunächst offen. Nach Informationen des Finanzdienstes Blumberg strebt Ober einen Erlös von rund 10 Milliarden Dollar an. Zwischenzeitlich hatten Banken, die mit der Vorbereitung des Börsengangs betraut werden wollten, laut US-Medien bereits eine Gesamtbewertung von bis zu 120 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt. Zuletzt hieß es jedoch, dass es wohl eher 100 Milliarden Dollar werden dürften. Auch damit könnte Ober dennoch einen der größten Börsengänge der Finanzgeschichte und das am höchsten taxierte Debüt seit 2014 stemmen, als der chinesische Online-Rese Alibaba an die New York Stock Exchange mit einer Bewertung von rund 170 Milliarden Dollar. Untertitelung des ZDF für funk, 2020